So Leute, Woche 3 ist endlich am Start und jeder wird sich wahrscheinlich fragen, hä, wie mache ich das mit der Tomate, jemanden aus 15 Meter Entfernung da zu treffen. Ihr geht einfach in den Duo-Modus mit einem Kollegen, stellt euch einfach da hin mit dem Kollegen und dann wirft ihn einfach mit der Tomate ab. Ich blende euch jetzt schnell einen Clip ein, da ich habe jemanden gerade eben hier im 50 gegen 50 Modus Zufall getroffen und ja Leute, ich blende euch das Ganze jetzt mal kurz hier ein. Wie ihr gesehen habt, habe ich den auf jeden Fall getroffen und es ist auf jeden Fall ziemlich einfach, also ihr müsst keinen Gegner damit abwerfen, falls die meisten es denken. Und ja Leute, würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Informationsvideo für euch, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao.